Die Demonstration Vorne haben wir das Demon Drive erfunden Revolution im Pedalmarkt Das war das schnellste Das leichtgängigste Und vielseitigste Pedal Auf dem Markt Und für viele Ist das Demon Drive einfach so Unfassbar leichtgängig Dass die gesagt haben, wir bekamen Feedback Uns fehlt ein bisschen Die Power, die wir noch benötigen Und da haben wir gedacht Da werden wir einspielen in diese Lücke Das Pedal für diese Kundschaft ist hier Das Demon Chain Wir verwenden Hier eine Ultra Lightweight Chain Doppelkette Mit Low Friction Rollers Perfekt für Speed Power und Ausdauer Wir haben uns hier Für eine Linear Cam Entschieden, eine Perfect Circle Cam Welche gewährleistet Dass der komplette Beater Stroke Konsistent und Smooth abläuft Alle anderen Features vom Demon Drive Bleiben erhalten Duo Deckboard Changeable From Longboard To Shortboard Modular Post Man kann Doppelpedal in zwei Einzelpedale umbauen Beter Stroke Adjustment Beter Zum Pfähl hin Oder vom Pfähl weg Verstellen Spring Lock System Die Höhe der Fußplatte Unter sich einstellen Das ist der Bruder Von der Demon Drive Demon Chain Thomas, vielen Dank Auch hier ist wieder die Firma Pearl Sehr innovativ Weitere Informationen Findet ihr wie immer unter www.musicstore.de Musik Pädagni 2 2 2